Der erste Wagen ist der wichtigste und sollte alles haben, wie der Moff. Am Anfang brauchen wir eine Gondel. Diese ist leicht und einfach zu montieren und dazu tief und bequem. Mit einem solchen Dach werden selbst die stärksten Sonnenstrahlen die Reise nicht stören. Dieser Wagen ist für alles bereit. Er hat einen in fünf Positionen verstellbaren Griff. Der ist aus Kunstleder gefertigt. Schnee? Kalt? Das ist dank des Schutzes kein Problem. Und für Regen schützt uns die Folie. Das Set enthält auch ein Moskitonetz. Habe ich alles mitgenommen? Natürlich! Viele Dinge passen in einen großen Korb. Und der Rest passt in die stilvolle Tasche. Sie gehört zum Set. Wenn das Kleinkind größer wird, verwandeln sie die Gondeln mit wenigen Handgriffen in einen Kinderwagen. Was für eine Platzersparnis. Der Kinderwagen kann in zwei Richtungen eingestellt werden. Riesenslalong auf der Straße? Mit diesem Wagen ist es ein Vergnügen. Mit solch einer leichten Konstruktion wird jeder Bordstein mit Kühnheit überwunden. Und das Kind wird nichts spüren. Dank den vier Stoßdämpfern. Und den großen gepumpten Rädern. Auf schwierigen Gelände lassen sich die Vorderräder leicht arretieren. Und bremsen? Die Bremse wird mit einer einzigen Bewegung arretiert und gelöst. Und wenn ihr Baby besänftigt einschläft, ändern sie die Position des Bodens in eine bequeme Schlafposition. Und sie hören immer, was im Inneren zu hören ist. Und mit dem 5-Punkt-Code befindet sich ihr Kind in einer sicheren und stabilen Position. Dank der Verriegelung kann der Wagen nie von alleine zusammengeklappt werden. Und wie müssen wir es zusammenklappen? Ein paar Züge und fertig. Eltern wollen oft mobil sein und die Kleinen wollen bei ihnen sein. Ein Autositz ist dann nützlich. Mit Einsatz für die Jüngsten. Der Sitz dient als Wiege und Trage. Mit einer einzigen Bewegung können sie es auf dem Untersatz montieren und aus dem Auto springen und schnell einkaufen gehen.